Alter, Vater! Okay, warte, wir machen die oberen beiden Blöcke weg, damit ich da reinballern kann. Bei deinem Boomerang, der passt da nicht durch. Warte, so mach bitte. Du Scheiße! Warum tun wir uns das an, verdammte Kacke? Ich hasse Spinnen! Du auch? Warte, da kommt so ein komischer... nee, Skelett kommt. Oh mein Gott, Alter! What the fuck?! Das schaffst du. Warte, ich helf dir. What the fuck?! That's creepy, that that's creepy, that that's creepy. Mein Gott, die kommen da durch, die kommen da durch, die kommen da durch, die kommen da durch, lauf, 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 lauf. Stammt, dass ich amd的 das war, das wir haben, dass... Ich habe das,нет, ich bin,ay, spinn! Ich habe das, ich habe mein Boomerang. Nichts passiert. Alles ganz great. We defeat the Spaters. Boy, yo Alter. Scheiße mann, scheiße die kommen da einfach mal. Alte, hier hängen überall Kokons mit Leichen, ne? Wo denn? Hier, guck dir das doch mal an, hier, das ist überall, wo hier auf dem Boden ist. Hier, das hier, das ist hier ein Kokon mit einer Leiche drin. Ich hasse Spinnen. Ich auch. What the fuck? Der hat was gedroppt, der hat Schuhe gedroppt. Ja, Bergbauerhose oder so. Was machen die? Ausrüstbar, ein Abwehr. Haha, geil. Nice. Alter! Äh, siehst du, das sind alles Kokons. Alter, ich hab Angst. Ich hab hier Schiss, dass es irgendeine Boss-Spinne oder so hier kommt gleich, ne? Ich hab da irgendwie Schiss vor. Muffe gezückt ist so eine Mudderspinne. Scheiße, Alter. Boah, ich hab hier so Muffe vor allem, das ist alles so... Oh Gott, Alter, das ist ein Scheiß-2D-Game, Alter. Let's go. What the fuck? Okay, wir haben genug Spinnen, jetzt ist es der Bett. Da unten sind Spinnen. Ja, da unten sind welche, ich seh's. Alter, ich own die grad voll weg. Ich merk's. Nein! Nein, 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 nein! Boah, Leute, pass auf, was du machst, Mann. Ich hab Angst. Nein, 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 die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die, die... Scheiße. Was? Die kommen hoch. Können Wände hochklettern? Willi? Das sind verdammt viele. Halt, wie viele Leben haben die? Okay, los. In Ernst? Das ist Lukas. Sicher, dass es alle waren? Das noch alles. Nein, das war nicht alle. Das war nicht alle! Los. Wir sind jetzt wieder da bei Terraria. Wir mussten dann kurz einen kleinen Cut machen, weil LP-Movies ein Steam irgendwie rumgespackt hat, der Spacko. Und, ähm, da wir noch keinen Spawn-Paint hatten, ist, äh, Lukas wieder oben gespawnt, äh, deswegen muss er jetzt wieder runterlatschen in die Spinnenhöhle. Und ich geh jetzt mal hier gucken, äh, wie viele Spinnen hier noch gespawnt sind, weil ich war die ganze Zeit auf dem... Ah, ja, okay. Übrigens, die Spinnenhöhle, die haben wir geschafft, also, das war total episch und das wurde bei mir nicht aufgenommen. Nein, haben wir nicht. Ist das nicht cool? Habe ich gerade gesehen. Wir haben die noch nicht geschafft. Naja, wir haben es wenigstens angefangen. Überall, wo wir langgelaufen sind, sind wieder Spinnen. Scheiße, das sind überall Spinnen. Am Angang. Alles wo wir langgelaufen sind. Ich seh's. Überall, wo wir langgelaufen sind, sind Spinnen gespawnt. Ach, du Scheiße! Fuck, 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 fuck. Das, äh, das Server glitscht. Hilfe! Ah! Nein, nein! Böse Spinnen. Nein, 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 nein. Alter, drei Sp... Zum Glück habe ich eine scheiß Ohrbauerte Fernkampfwaffe. Auf mittlere Distanz. Kommt nicht rauf, kommt nicht rauf, kommt, ich flehe euch an, kommt, ah, gut, 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 ich hole euch weg, ha, bitches. Äh, das sind die, die da vorhin gespawnt sind, ne? Hallo. What the fuck? Wo kommt der her? Äh, hier waren wir schon überall, gell? Oben auch? Da war die Stelle. Ah, ich sehe gerade, das ist so ein normaler Boden. What the? Hier sind schon wieder überall welche gespawnt. Nein, 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 nein. Ah! Ich komm noch nicht mehr rauf. Das ist einfach, da liegt ein Riesenbaby. What the fuck? What the fuck? Und jetzt kommt da noch ein Wurm, ach so, ja, klar, aber warum nicht? Ja, die machen eh nicht Bewezen an. Ich mag Spinnen nicht, Spinnen! Ich kann das Riesenbaby abbauen, haha, kann man. Ah, das meinst du? Riesenbaby! Oh mein Gott, da kommt noch eine Spinne, aber von draußen. Oh, wenn die so seitwärts laufen. Oh Gott, die spawnen da unten, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr, da kommen. Ja, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh Gott. Nicht mehr viel, nicht mehr viel Leben, nicht mehr viel Leben, nicht mehr viel Leben, nicht mehr viel Leben. Nein, 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 nein. Ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen. Weg da, geht er weg! Dynamit! Alter. wieso hast du das gemacht panikreaktion geil ich habe eine sternschnuppe in der sternschnuppe in der höhle wenn jetzt der wurm kommt ne ich habe einen donnergang das war's das war's ich habe einen donnergang getrunken da ist noch was oberhalb der kommende wieder spielte waren jahres hat sie fallen in dieser wacht spornkele abgab 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 das ist ultra witzig ausprobieren hier einfach mal in die laba fliegt okay erst die erste spinnenbeleidigung dann selber reinfliegen boah junge ich schwör's dir ich mache ein best of terraria und da kommt die stelle rein danke das muss einfach sein alter was ich jetzt mache anstatt dass er înstета și das war der grueste fiehl der geschichte mann du baust dich ganz gerade runter die zum stonsten ich weiß schon du wirst da von怎么 coordin du willst nicht wissen wie tiefen oh herr jan im switches mniej vtf fight zwischen einem wegelang dazu muss wieder Realog meine Bohren oderakt Mass Böses gelächter die eis Pierock nicht ich bin erforderlich die Eisdeutsche sind richtig geil, ich hab schon 20 verbaut mag die Spinnen nicht, wollt ich nochmal so sagen, dass du Bescheid weißt haha, Spinniger und da fällt er in die Lava krieg dich, ja musst du grad sagen, ne Lava Mann, ey Mr. Lava Lava ich seh nichts, es ist dunkel, ich bin in einer Spinnenhöhle und ich seh gar nichts da kommt ein Skenett oder ist wieder ein Riesenbaby Mama, ich bin ein Riesenbaby in die Ecke mit dir Sklaven, was auch immer, Bobfie Obfie Das ist hier Wasser und das will aber nicht weg, das Wasser Nein, 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 oh mein Gott, macht die Schaden Die macht so Schaden, ich wäre beinahe eine Spinne verreckt, ne Die macht so einen Schaden, Alter Leck mich am Arsch Nein Richtig hart, Alter Oh, ich hab grad noch einen Weg gefunden, wo es weitergeht Hupsi Hupsi Hihihi Best Seen Ever Boah, macht die einen Schaden, leck mich am Arsch Ich so, nein Was? Nicht Klar, die Schaden gemacht, die hat ja mit 30 Schaden pro Schlag gemacht, weißt wie viel das ist? Ich glaub, wenn du dann in die Ecke eingekesselt bist, dann ist sie ziemlich angesackt Wir sind alle stolz auf Was? Außer deine Mutter Halt ich schon Ah, ich bin geil Du bist so am Sack, Alter Danke Gott, ich bin schon wieder hier, weil ich spinne, ist und Na Baut dich einfach mal durch die Wand durch, ich gehe so ein bisschen weiter